Ja, ansonsten, verursachter Schaden wird im Leben, geh doch mal weg, kann ich die tragen? Das ist ja doof als Magerin, aber gut, was soll ich denn machen? Hm, nehmen wir das jetzt einfach mal ganz kes, gucken wir uns an, was wir so an dem Song haben, da ist unser besser, da ist unser auch besser und Schuhe haben wir noch gar keine. Oh, wir nehmen doch lieber die. Hm, ja. Damit hätten wir uns jetzt ein bisschen was an Ausrüstung geholt. Tapsen hier mal raus. Und unsere nächste Quest ist den Wegpunkt zu benutzen und das machen wir doch gleich. Und gehen nach Neutristra. Ja, hier ist wieder ein Ausrufezeichen. Dann sprechen wir den Hauptmann gleich mal an. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Gut. Damit sprechen wir jetzt Lea an, der wir helfen wollen, ihren Onkel Deckard Cain zu finden. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Okay. Sie muss jetzt also scheinbar bei uns sein. Was sagt der mir die ganze Zeit mit leerem... ...leerem... ...leerem Dings, der nicht ausgerüstet ist? Ich habe doch alles ausgerüstet, oder nicht? Hm. Ja, mir kann ich ja jetzt gar nicht. Naja. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir... Was wollte ich? Genau, wir wollten zu dem Heiler hin. Und zu dem Händler. Es steht geschrieben. Ein So wie der Schäfer über seine Herde wacht, werde ich mich jener annehmen, die uns beschützen wollen. Oh, das ist ja nett. Ähm. Ich habe ein paar... Ich habe das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Okay. Kann man das auch wieder mit rechts klicken? Ja. Ja. Ist schön, dass die Zahlen hier so groß aufblinken. Da können kleine, doofe Miezen das auch gar nicht erst übersehen. Was hat er denn da so im Angebot? Eine Scherpe. Naja, wir warten einfach mal ab, was wir so in der Wildnis finden. Wir sollen jetzt auch, ähm, den Wegpunkt benutzen. Ähm, mache ich jetzt einfach mal nicht. Weil wir haben noch einen Keller. Diesen Keller würde ich mir trotzdem gerne nochmal angucken. Auch wenn das jetzt nicht unsere Quest zu sein scheint. Weil ich den doch ganz interessant fand. Und so ein bisschen mit Unterstützung ist das vielleicht auch einfacher. Hoffe ich. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Aber ist das doof, sich so eine Chance entgehen zu lassen, oder nicht? So, hier kann uns jetzt quasi auch gar nichts passieren. Lea folgt uns fröhlich. Das war's dann auch. Mit dem Arm und Toten. Da hinten ist er doch. Wir rennen weiter und weiter und weiter. Und fliegen. Oh, da gibt es ein Fässer. Dann flitzen Sie mal hier rein. Ha. Ha. Sehr schön. Wir haben's geschafft. Ich weiß nicht, ob Lea jetzt viel mitgemacht hat. Ist aber auch egal. Also war der doch gar nicht so schlimm. Ähm. Wir schauen uns mal hier um. Man kann ja nie wissen, wer da so guckt. Und haben jetzt auch eine Stofftonika bekommen. Die hat Rüstung leider nur drei. Aber die hat halt diese Sonderfertigkeit, dass sie eben ein Leben pro Sekunde regeneriert. Das finde ich ganz schön. Und werde das deshalb auch einfach mal mitnehmen. Ja, ich finde das auch ganz toll, dass man quasi bloß noch rüberrennen muss. Weil ja, mich dieses ewige Rumgeklicke total genervt hat. und Baumstumpf. Da war, doch, da war Gold dran. Ja. Und dann werden wir, denke ich mal, uns um die Quest kümmern. Ah, die Gegenstände sind natürlich auch schön, wie man einfach so mal gegen schießen kann. Äh, ja. Ich würde mal gucken, wie lange ich heute mache und aufnehme. Wie gesagt, ist jetzt hier bloß der Anfang. Ähm, ja. Und ich habe heute nämlich auch noch was vor. Ich hole nämlich meine kleine Katze ab. Also wer mich jetzt noch nicht kennt und so, der blieb zum Glück verschont. Ich nervte ja jetzt schon seit Ewigkeiten und heute ist es endlich soweit. Und die kleine zwei Monate alte Mieze kommt zu uns. So schön. So, so schön. So. Äh, zurück zum Wegpunkt. Wegpunkt benutzen. Wir folgen in die alten Ruinen. Ne. Dann öffne mal. Jetzt müssen wir seine Hütte finden. Jo. Das klappert doch nicht so viel. Hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Speicherpunkte böse. Ja, tschüss. Hallo, du Reis mit einer Zauberin. Was soll ich dazu sagen? Ah, da ist so ein Oberhauptmann. Ich hoffe, es sieht rein. Die Hütte an. Oh, das sieht richtig aus. Aua. Das ist jetzt überhaupt nicht lustig. Und ich habe den Trank. Noten nebenbei. Bum, 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 bum. Alles schön hier. Jetzt scheinen wir, Lea auch wieder anquatschen zu können, weil das alles... Aber ich hoffe, ich kann die Stufe noch hochstellen, weil so gefällt mir das gar nicht. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Das war jetzt also die Mutter von unserer lieben Lea, die da gesprochen hat. Was haben wir denn hier im Tagebuch? Oh, schöne Sachen. Ja, Erfahrung zusätzlich ist ja sowieso immer schick. Ja, sieht doch ganz gut aus für den Anfang. Schon ein bisschen blaues Zeug gesammelt. Ja, wir sollen jetzt die Kathedrale finden oder zu der gehen. Achtung, Achtung. Das sind aber ein bisschen viele. Wo kommen die denn auf einmal her? Und warum? Wozu hergekommen sind? Da war doch noch nichts, oder? Und so viele. Wir folgen mal dem Pfeil, der anscheinend mal den Weg weist. Ähm. Dann kämpfen wir uns dafür mal noch ein Stückchen weiter durch. Noch ein glückloser Dorfbewohner. Boah, das ist cool, dass sie hier quasi von früher allher kommen. Ja, nehmen wir dann wieder die Pfeil. Oh, und da kommen natürlich noch mehr und noch mehr. Und vor allem so. Ei. Dies ist also die Kathedrale von Tristran. Der gefallene Stern ist hier irgendwo. Oh, oh. Müssen wir da jetzt rein? Das ist ja doof. Ich trau mich nicht. Nee, ich habe Angst. Verdammt. So was doof ist. So. Plupp. Wir sind jetzt also in der Kathedrale. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es von mir auch ein... Meine Güte, jetzt quatscht die mir einfach rein. Und zwar, dass es noch... Ich bin cool. Dass es noch einen vorabgeben wird. Ich weiß noch nicht, welche Charakter ich da spielen werde, weil ich nämlich quasi äh, wollte ich nicht sagen. Ja, genau. Welche Klasse ich dabei spielen werde, da ich mich mit den beiden absprechen muss. Äh, ja. Wir hätten da den Henner und den Rott. Äh, ja. Die quasi einen gemeinsamen Schendel haben. Überlegung ist, ob wir nicht auch. Ha, wir sind so gut. Ähm, daran teilnehmen. So ist zumindest auch der... Oh, wir sind doch nicht gut. Aua. Aua. Der ist ja eben komisch. Und überall Arme und Leichenwürmer. Was ist denn das? Äh. Okay, also nächstes Mal heben wir uns den auf. Also den coolen Röchter für entsprechend große Böse. Okay. Okay.